Guten Abend! Happy Birthday, liebe Emily! Es war ganz genau gestern vor einem Jahr, Mom. Hast du daran gedacht? Hallo, Charles. Aber natürlich hab ich daran gedacht. Du treulloser Baster! Wie war denn das mit James? Sie sind zu nichts verpflichtet. Wenn du zu lange wartest, verschrumpelst du wie eine vertrocknete Aprikose, vergessen im Supermarktregal. Hallo? Was? Ich hoffe, ich hab Sie nicht gestört. Zu spät dafür. Das hier ist ein Räumungsbescheid. Das Land, auf dem Sie leben, ist Millionen wert. Die wollen Sie hier wirklich nicht. Oh mein Gott. Von dem ich kennen würde. Das ist meins. Wann sehe ich anders aus, als Sie es erwartet haben? Sie werden... Weiter? ...sauberer. Wir helfen Ihnen, Mann. Bin ich etwa Ihre gute Tat des Monats? Jedes Mal, wenn man deinen Stolz angreift, klusterst du dich auf wie ein emotionaler Stachelschwein. Das hört wohl nie auf, oder? Die ganze Welt will, dass ich mich ändere. Und du jetzt auch noch? Wenn du wirklich hierbleiben willst, musst du dafür kämpfen. Meine Art zu leben ist vielleicht seltsam für andere Menschen. Aber alles, was für mich zählt, ist mein Zuhause. Und in dieser Hinsicht bin ich nicht anders als Sie alle. Keinen Schritt weiter. Was haben Sie vor? Wollen Sie mich zu Tode klimpern? Du hast doch irgendwas vor, Mom. Das könnte ich verbergen. Okay. Das ist mein, äh... Handwerker. Er ist etwas ganz Besonderes. Er hat die Art, wie ich das Leben sehe, total verändert. Oh, yes, yes! Ist das eine Urne? Wenn du dich beobachtet fühlst, kann ich sie auch umdrehen. Today is a new day.